Hallo, mein Name ist Kurz Wöser und ich bin Mathematiklehrer hier an der Hacksteier. Und das ist die 3DK der Hacksteier. Eine der drei Tablet-Klassen, die wir an der Hacksteier haben. Unser Volksgeheimnis ist ein ganzheitliches Konzept, das heißt jeder Schüler und jede Schülerin hat sein eigenes Tablet für das eigene Lernen als Arbeitsgerät zur Verfügung. Ein zweiter Aspekt, die Infrastruktur ist ganz, ganz wichtig. Wir setzen auf Office 365 und OneNote, sodass wir unsere digitale Schulterschiedlerinnen realisieren können. Und ganz, ganz wichtig sind für uns die stiftbasierten Tablets, damit wir das Beste aus der analogen und der digitalen Welt vereinen. Die Tablet-Plus-Klasse hat nicht nur für mich viele Veränderungen gebracht, sondern natürlich auch für meine Schüler. Und wo andere noch über die Digitalisierung reden, haben wir das schon längst umgesetzt. Mein Beitrag für eine starke Schule ist die Tablet-Plus-Klasse der Hacksteier.